Hallo ihr Lieben, wie geht es euch, Herr Siego? Ich bin heute mega, 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 mega glücklich. Es ist ein ganz besonderer Tag für mich. Heute ist ja der 11.11.2022 und es ist ein sehr besonderer Tag für mich. Für mich sind es heute 19 Jahre in Berlin. Könnt ihr euch das vorstellen? 19 Jahre, dass ich in dieser wunderschönen Hauptstadt lebe. Ich bin das erste Mal nach Deutschland in 2001 gekommen. Am 3. Oktober 2001 besuchte ich zum allererstes Mal Berlin. Ich saß am Platz an der Gedächtniskirche, am Breitscheidplatz und habe, ohne Scheiß, vielleicht könnt ihr euch auch erinnern, es gab neben dem heutigen Zoopalast, dem Kino, gab einen kleinen Stand für Gyros. Und ich habe mir, die waren der Hammer vor allem, und ich habe mir Gyros geheult und habe mich dahin gesetzt und ich beobachtete die ganze Leute in der Stadt. Und ich habe plötzlich gesagt, wirklich ganz laut und deutlich, ich kann mich ganz gut erinnern, habe gesagt, hier werde ich leben. Hier werde ich nach dem Abitur zurückkommen. Und so war das, Leute. Ich hatte noch keinen ganz, keinen sicheren Studienplatz, ich hatte noch keine Wohnung, ich hatte noch keine Freunde, keine Bekannte, niemanden. Und am 11.11.2004 kam ich ca. 18.50 Uhr in Berlin an. Ich hatte im Internet jemanden angeschrieben gehabt und bei ihm durfte ich ein paar Tage wohnen, in der Nähe von der Otto-Soalle, in der Nähe vom Rathaus Charlottenburg. Und ich weiß, wie ihr wisst, der ist ja der 11. November, der St. Martins Tag. Und Familien, wenn sie traditionell feiern, gehen sie Abendessen und geessen die Martins Gans. Heute weiß ich das. Ich habe das ja schon einige Jahre nicht nur gegessen, sondern auch ein paar andere Jahre serviert, als ich auch gekellert habe. Und ich weiß, ich bin dann abends spazieren gegangen. Damals war es auch so, damals, sage ich vor 19 Jahren, war es immer kälter hier in Berlin. Und ich weiß, ich bin da rausgegangen und es gab Schneeregen, genau in der Nacht. Und ich bin spazieren gewesen mit dem Wind. Ich war frisch operiert in den Augen. Heute meine wunderschönen Glitzer-Augen. Ich war frisch operiert. Und ich weiß, ich habe in den Restaurants, da am Ernst-Reuter-Platz gab es immer zwei Restaurants ganz unten. Ich glaube, eins gehörte zu einem Hotel und das andere weiß ich nicht mehr. Und ich weiß, ich habe die Leute immer so, Familien und Lächeln. Und ich habe gesehen, wie sie die Martins Gans essen. Und ich war noch so unsicher. Ich wusste nicht, ob ich alleine in ein Restaurant hingehen soll oder nie. Oder kann überhaupt, ob ich dann essen soll. Und ich traute mich nicht. Und ich weiß, ich habe dann die Familien gesehen und ich fing an zu weinen. Und ich weiß, was ich gedacht habe und laut gesagt habe. Ich äußere sowas immer sehr laut, wenn ich mit mir spreche oder für mich spreche. Und ich habe gedacht, ich werde das nie wieder haben. Ich habe jetzt meine Familie aufgegeben. Ich werde das nie wieder haben. Leider habe ich mich nicht geirrt. Leider habe ich sowas nie wieder gehabt. Also so eine Familienkonstellation gehabt. Ich habe meine Familie aufgegeben. Ich habe meine Heimat aufgegeben. Wenn man als Migrant, egal woher du kommst und egal wo man hingeht. Wenn man als Migrant sich entscheidet, dann auszuwandern. Dann ist es wirklich so, dass man, vor allem wenn man alleine das tut. Dann ist es Tschüss Familie, Tschüss Freunde, Tschüss vieles. Und ich bereue es nicht. Ich bin heute sehr, sehr dankbar. Es ist ein Tag, was mich sehr emotional fühlen lässt jedes Jahr. Vor allem, weil ich jedes Jahr dankbarer werde. Ihr wisst ja, diejenigen, die sich mit meiner Story ein bisschen beschäftigt haben, wissen, vor einigen Jahren hatte ich eine Menge Kriege und meine Dämonen haben ein bisschen verrückt gespielt. Heute habe ich meine Dämonen im Griff. Heute haben meine Dämonen einen Maulkorb und ich bin sehr fest und gehe sehr, sehr fies mit meinen Dämonen um, damit sie nicht fies mit mir umgehen. Ich überlege und denke häufig, was ich anders hätte machen können oder was ich anders gemacht hätte. Und ehrlich gesagt, wenn das möglich gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, mit meiner Familie alles offener gemacht, alles offener geregelt, ich hätte mit meinen Geschwistern vor allem, mit meinen Brüdern vor allem viel mehr Kommunikation gehabt. Sie wissen nicht wirklich, wer ich bin. Und das ist schwierig, wenn man dann rausgeht, weil man schwul ist, weil man nicht so akzeptiert wurde, weil die Familie nicht so einverstanden ist, dann tut es weh. Wisst ihr ja, ich habe eine Menge Blödsinn auch gemacht. Auf der Suche nach der Akzeptanz, auf der Suche nach Liebe, auf der Suche nach Respekt. Und ich werde das nicht vergessen. Es gibt so viele Stories. Vor kurzem hatte ich auch jemandem erzählt, falls jemand auch am Zoo, wie gesagt, das war so ein Kernpunkt für mich. Ich war irgendwann später auch noch, also nach ein paar Wochen, habe ich in einem Studentenwohnheim in der Suarezstraße, das ist in einer von der Kantstraße in Charlottenburg, habe ich in einem Studentenwohnheim gewohnt. Und ich hatte aber noch kein Internet, also bin ich immer zum Zoo gegangen und da gab es ein Dunkin' Donuts mit einem 24 Stunden Internetcafé. Und ich weiß, ich bin da hingegangen, in meiner Familie zu schreiben. Und es gab einen Typen, der hat mich einmal angefragt, ob ich for free eine Wohnung haben wollte und ich sollte einfach nur Escort sein. Und ich wusste nicht mal, was ein Escort ist. Das könnt ihr euch vorstellen, wie naiv, wie süß, wie unschuldig ich tatsächlich nach Berlin gekommen bin, Leute. Jahre später, Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Ich bereue nichts. Ich habe mein Leben bis jetzt sehr krass gelebt. Ich habe vor allem gelernt, dass die Träume nicht am nächsten Morgen wahr werden. Wenn man auswandert oder überhaupt im Leben das Leben lebt und ein Ziel, ein Traum verfolgt, dann werden die Träume nicht einfach so wahr. Man muss etwas tun. Und vor allem, man muss lernen, etwas über sich, eine Menge über sich und eine Menge über die Menschen. Es ist ein Hin und Her, ein Verhandeln, ein Geben, ein Nehmen. Und für mich habe ich vor allem gelernt, ich selbst zu sein, das zu sein, was ich denke, immer ehrlich zu sein. Ich bin sehr direkt. Ich habe meine Identität gefunden. Ich provoziere immer gerne mit meinen ganzen Glitzern und Farben und Klamotten und verrückten Schuhen und, und, und. Aber ich muss sagen, ich, wer mich wirklich kennt, weiß, wie bodenständig ich bin. Ich habe gelernt, am Boden zu bleiben. Ich könnte viel, ich könnte weniger haben. Ich könnte vielleicht sehr wichtige Menschen kennen oder nicht. Aber am Ende des Tages bin ich wirklich jemand, der so warmherzig ist. Ich bin so ein lieber Mensch geblieben. Auch wenn das Leben hart sein kann oder wenn man fiese Sachen erleben kann. Ich habe mich entschieden, das Schöne dieses Lebens hier am Ende, um, sorry, ich habe mich entschieden, auch am Ende wirklich das Schöne hier zu behalten. Und jedes Jahr, muss ich euch gestehen, je besser ich mich kenne, desto schöner ich mich finde, desto spannender ich alles, alles finde. Spannender. Und das ist toll. Langsam werde ich auch sehr, sehr einverstanden und vor allem, ich freunde mich mit meinem Körper an. Das war sehr wichtig, dass ich mich mag, dass ich mich nicht mehr hasse, dass ich meinen Weg ganz klar und deutlich finde und vor allem meine Mission, eine Aufgabe. Heute ist es für mich so schön, die Chance zu haben, als Referent in globales Lernen auch ein bisschen was zu tun, in Schulen zu gehen, mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Schülern, Schülerinnen, über alles zu sprechen. Nicht nur über meine Kultur und Essen und Spielzeuge und Traditionen und Volksfeste, sondern aber auch über etwas sehr Ernsthaftes, wie die Identität und Suizidgedanken und Depression und Sucht und Bodyshaming und Inklusion, LGBTQ Community und, 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 und. Ich habe für mich entschieden, dass ich das auf dem Weg, den Rest meines Lebens machen möchte. Ich konnte früher mich nicht gut ausdrücken. Ich war nicht so selbstbewusst und ich war nicht so sicher über mein Leben. Und je älter ich werde, je mehr die Monate vergehen, jetzt sage ich mal, die Jahre, ich werde entspannter, Leute. Und das tut so gut, das tut so gut, zu denken, wow, 19 Jahre, ich bin 38 und ich bin 19 Jahre schon hier. Also die Hälfte meines Lebens ganz alleine. Ich habe jetzt einen tollen Ehemann, ich habe meine zwei Mädels, meine zwei Hunde, die gerade pennen. Aber ich bin ganz alleine gekommen. Und auch wenn ich nie wieder eine Familie haben konnte, wie ich sie kannte, ich war, ich hatte so ein privilegiertes Leben in Mexiko. Wir Menschen vergessen, wie privilegiert wir leben, bis wir diese Privilegien verlieren. Und das ist aber auch nicht verkehrt, muss ich sagen. Also ich bin heute dankbar, dass das geschehen ist manchmal, weil ich sehe, wie viel Wert ich heute darauf lege, auf Freundschaften, auf Menschen, auf eine Kleinigkeit. Ich habe diese große Gabe, das finde ich für mich eine Gabe, dass ich mich so überraschen lassen kann von den kleinsten Dingen im Leben. Das ist für mich wirklich sehr schön. Von daher wollte ich euch diese Geschichte erzählen. Ich möchte einfach an diejenigen, die, und jetzt werde ich emotional, diejenigen, die in meinem Leben waren, wenn du jetzt dieses Video siehst und du mich in meinem Leben die letzten 19 Jahre mal gesehen hast, mal erlebt hast, mal gekannt hast. Vielleicht hast du heute keinen Kontakt mehr mit mir, vielleicht hast du das nicht mehr gewollt oder was auch immer, möchte ich dir trotzdem danken. Danke, danke, weil diese letzten 19 Jahre, diese ersten 19 Jahre waren heftig, waren sensationell, waren schön, waren magisch, waren stark. Die machten mich zu denjenigen, die ich heute bin und ich bin so ein verrückter, verliebter im Leben, ein dankbarer Mensch. Und ich bin so dankbar, mein liebes Berlin, ich würde nie wieder aus dieser Stadt gehen. Hier sind meine Träume bis jetzt immer wahr geworden. Und ich weiß, dass es viel, viel, viel mehr Träume kommen. Ich muss in einem Monat die Stadt verlassen für fünf Monate. Wie ihr wisst, gehe ich in eine Klinik. Und wisst ihr, ich habe absolut keine Angst vor der Klinik, vor den Behandlungen, vor den Traumatast. Ich denke nur, ich werde mein Berlin vermissen. Ich werde Berlin, ich werde diesen ganzen Chaos in diesem Staat, den Chaos, den ich liebe, sehr vermissen. Also, pass bitte auf mein Berlin auf. Ich komme im April wieder und denke an mich. Ich bin sehr, sehr glücklich, hier zu sein. Und ich bin so dankbar, dass ich Zeit so rennen kann. Und kann es kaum vorstellen, wie 19 Jahre so vergehen können, Leute. Könnt ihr euch vorstellen, was vor 19 Jahren war? Es gab noch kein Facebook, kein iPhone, kein Instagram. Kein so gutes Handy mit einer Kamera. Es gab noch keine guten Navis. Es gab nicht so viele Dating-Apps. Man machte sich nie so verrückt. Man musste wirklich suchen und tun und hingehen. Und sich dem Leben so wirklich vis-a-vis stellen und sich trauen. Und deswegen bin ich heute auch so. Ich liebe Social Media. Aber wisst ihr, was ich mehr liebe? Mit euch zu kommunizieren. Mit Menschen zu kommunizieren. Mich die Dinge, die Fragen stellen zu können. Zu trauen, zu dürfen. Meine Meinung zu äußern. Menschen zu umarmen. Es gibt viele Menschen, die mich nicht mögen. Weil ich immer so touchy bin. Aber wisst ihr, was so schön ist für mich? Wenn man umarmen kann. Wenn man Menschen in die Augen gucken kann und sagen kann. Ich mag dich. Oder auch in meinem Fall gibt es auch viele Menschen, bei denen ich sagen kann. Wieso magst du mich nicht? Erzähl es mir. Was ist dein Problem mit mir? Ja, das mache ich natürlich auch super gerne. Ich habe absolut kein Problem damit. Das habe ich die letzten Jahre auch gelernt. Es ist auch nur ein Leben. Heißt, wenn man sich nicht traut, das zu tun, dann ist es vorbei. Und ich ganz lieb. Also ich glaube, die Übersetzung auf Deutsch. Meine Freunde lachen nicht mal, wenn ich den Satz sage. Ich bitte lieber um Entschuldigung, also um Entschuldigung oder um Verzeihung, als um Erlaubnis. Heißt, ich bereue nichts. Ich sage die Dinge. Ich tue die Dinge. Und ich lebe einfach das Leben. Leute, danke, 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 danke Berlin. Danke, dieses wunderschöne Leben. Danke, dass ich in diesem wunderschönen Land leben durfte bis jetzt. Ich bleibe hier und ich tue etwas. Ich trage bei. Ich glaube an das Gute in den Menschen. Und ich glaube auch, dass ich etwas hier beitragen kann. Und bis jetzt etwas beigetragen habe. Und danke nochmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt für mich. Danke, Berlin.